So, da sind wir beim nächsten Video. Ich habe euch was mitgebracht. Lost Covens of Ixalan. Das Commander Deck. Inkludet ein Booster Sample Pack und zwei Traditional Foil Karten. Machen wir das Ganze mal auf. Gucken uns an. Ich hätte gerne das Vampir Deck euch gezeigt. Leider habe ich das nicht bekommen. Ich habe durch einen Abonnenten, der mir das zur Verfügung stellt, dass ich das öffne, konnte ich zumindest das Dinosaur Deck zeigen. Was ist das denn hier? He? He? Egal. Ist mega. Ach hier, das ist die Deckbox. Die Deckbox ist hier drin und der, mhm, okay, ist sie. Hier ist die lütige Deckbox, in die ich das gleich rein tun werde, damit ich es dem Abonnenten geben kann. Und hier ist ein Zähler, wo sie nicht mal mehr drauf drucken, auf welchem Deck das ist. Ja. Dann nehmen wir das Sample Pak. Das machen wir direkt mal auf. Gucken wir rein was wir haben. Bab, 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 bab. Das kam überraschend. Ein Molten Collapse, in foil. Sehr cool. Sehr Schwarz ist ein rotes, suchen wir uns eins aus. Wenn wir Descended diese Runde gemacht haben, suchen wir uns beides aus. Zerstörende Kreatur oder Brainswalker. Oder, und, je nachdem, wir zerstören nicht Landpermanente mit meiner Kosten. Nicht Kreatur, nicht Landpermanente mit meiner Kosten eins oder weniger. 203.2, wir haben zwei davon. Ist das gut? Ich habe keine Ahnung. 203.2, Trampel, immer wenn ein Dinosaur unter das Spiel kommt, kriegt der Power. Okay. Okay. Kenne ich von Eldrasis. So, dann gucken wir uns das Deck mal an. Ja, wie gesagt, ich hätte gerne das Vampirdeck euch noch gezeigt, aber irgendwie komme ich nicht an das Vampirdeck ran. Vielleicht kriege ich das noch im Nachtrag irgendwie mal her. Wie immer bei diesen Commander-Decks mittlerweile, da sind da tausende Millionen von Rares drin, wodurch ich nicht auf jede einzelne Rare und so weiter einzeln eingehen kann. Was dauert dann ewig, wenn ich euch jede Rare einzeln vorlese. Dementsprechend sprechen wir so ein bisschen über die Commander, die in dem Deck drin sind, und schauen dann mal, was wir noch so finden. Und irgendwie finde ich hier kein Anfang. Doch, hier ist der Anfang. Ist hier der Anfang? Wie immer haben wir hier diese dicke Dino-Karte noch dabei, die die Karte einmal in Edged Fall zeigt, mit weniger Text diesmal. Spannend, sie haben sogar den Text verändert. Wie immer ist ein 5-Mann-4-4-4er, der, wenn der und ein anderer Dino ins Spielfeld kommt? Oh ja, können wir Discover X machen, wobei X die Anzahl an der Kreaturen-Verteidigungsstärke ist. Und es dreht nur einmal pro Zug, leider. Sonst könnte man wirklich so Dino in Dino in Dino in Dino machen, das wäre sehr cool. So, damit haben wir Pantala schon drin. Dazu haben wir aber noch weiter. Trainer Prodigy. 3-Mann-1-5-Eile. Für 3-Mann-Etappen können wir eine Kreatur wählen. Die fightet eine Kreatur, die wir kontrollieren oder nicht kontrollieren. Weil wenn wir sie kontrollieren, kostet 2-Mann-A-Weniger diese Fähigkeit. Und immer wenn eine Kreatur Schadenzequieft bekommt, und das ein Triggered Ability auslöst, dann Triggered Ability nochmal. Das ist einfach so gut. Das ist einfach so gut. Das ist einfach erklärt und super schnell. Und so, so, so ein guter Commander. Also, der ist ganz nett, dicke Dinos und so. Aber hier haben wir einen Commander, das haben wir noch nie gehabt. Oder einen Kommandeurin. Das hatten wir noch nie. Und sowas finde ich halt immer geil. Ah, jetzt sind die Token hier auch bei. Spannend. Was sind denn hier, ob das die Rears? Ja, sind sie. Rager, ganz cool. From the Rumble. Jetzt haben wir unsere Kreaturen drüber aus. Beziehungsweise Endsteps können wir aus dem Friedhof eine Kreaturenkarte mit einem Final-T-Kammer drauflegen. Die Final-T-Counter sind sehr, sehr stark. Die sind wirklich cool. Dinosaurier-Ei. Ach, so hübsch mit den Artworks, oder? Sehr cool. Sky in of Calamity. Also, es ist oft so, dass diese Dinosaurier halt extrem midrange-ige Dinosaurier in diesen Decks haben. Und ihr damit halt ganz gut spielen könnt. Ich glaube, von dem ich gehört habe, ist das auch eines der besseren. Genau, das Kreaturen-Typ. Und mit dem Kreaturen-Typ können wir spielen wie Flash. Ist für jegliche Art von Tribal-Decks. Es muss kein Ding sein. Es muss kein Dinosaurier sein. Achromas Will. Sehr, sehr starke Reprint-Karte. Also, das sind die neuen Karten. Das sind weniger wie sonst, glaube ich. 6, 8. Normalerweise waren es immer 10, glaube ich. Ja, wobei, die beiden Commanders. Können sonst ja auch 10 sind. Achromas Will. Oh Gott. Ähm. Der sagt, Kreaturen bekommt vom Redner getappt und spielt. Das ist eine sehr coole Karte. Sehr coole Dinosaurier. Uh. Ja. Tatalpa. Die meistgeprintete Karte in letzter Zeit. Chandra's Ignition. Itali. Fiery Confluence. Auch sehr gute Karte. Kann man auf jeden Fall in vielen Commander-Decks benutzen. Dinosaurs. Der Path. Der Descendants Path. Dass sie den reingedruckt haben, ist krass. Ist wirklich krass. Also sind hier wirklich eine Menge coole Karten drin. General Wildspeaker. Oh, das ist dieses drin. Runic Armour Saurer. Sehr coole Karte tatsächlich. Auch aktuell gar nicht mal so schlecht. Gegen Ursars Sager und so weiter. Der Stomper. Ist gar nicht so alt eigentlich die Karte. Oh, mit Ascendant. Ist das wirklich ein Dinosaur? Yo, Regel Alpha. Xenagos. Stark. Und Sakama. Wow. Das ist auch ein sehr beliebter Commander. Oftmals nutzt man den lieber als Commander tatsächlich. Weil den kann man irgendwann mal für Freecasten und kann danach seine Effekte benutzen und haufenweise Dinge tun. Ist glaube ich der beste der drei. Das sind alles Rears. Das ist ja schon wieder übel. Canopy Vista. Cliptop. Diese Land Bises ist schon wieder... Da habe ich schon Besseres gesehen. Und ja, jetzt gehen wir noch ein bisschen durch die... Uh, schönes Gift. Kam es dann, kam es durch. Ja, der musste natürlich da rein. Finde ich sehr cool. Weil der Effekt... Der Effekt ist sehr cool. Die Karte mag ich nicht. Aber der Effekt ist sehr cool. Und er ist auch ein cooler Commander. Ich glaube, ihn kann man auch cooler als Commander spielen. Cultivate. Neues Artwork. Farsic auch ein neues Artwork. Das ist wirklich cool. Ich mag das Deck. Das Deck ist wirklich gar nicht mal schlecht. Glaube ich. Rhythm of the Wild. Das war mal eine 5-Euro-Karte, oder nicht? Sehr cool. Kreaturenzauber könnte ich Conrad werden. Und Non-Token Reacher haben Riot. Dann könnt ihr den Eile geben. Ja, und so ein paar... Uh, ist ja glaube ich ein Codyard. Not bad. Das Deck ist nicht schlecht. Das Deck gefällt mir sehr gut. Ihr könnt ganz cool mit denen wirklich arbeiten. Ich verstehe jetzt noch nicht ganz, warum der zweite... Also der Commander wirklich drin ist. Weil so viele Effekte hat man gar nicht mit... Ich glaube hier Enrage. Genau. Enrage-Effekte. Die sind gar nicht so häufig da drin. Irgendwie... Hm. Irgendwie ist es ein bisschen schade, dass die nicht ganz so viel Enrage-Karten da drin haben. Weil ich liebe halt sowas. Sowas kann halt jeder haben, dann habt ihr... Oder statt denen könnt ihr auch Zarkama nehmen, ja? Das macht nicht viel Unterschied zwischen Zarkama und... Der ist ein dicker Dino, der irgendwie Dinge tut mit Dinos. Aber sie kann man halt in so vielen Hinsichten nutzen. Man kann damit fighten, Gegner-Kreaturen vernichten. Oder man kann eigene Enrage-Effekte... Ach, so cool eigentlich. Ich würde sie bauen. Ich würde sie bauen. Es sind auch echt ein paar coole Dinos mit drin. Ja, es ist ein cooles Deck. Wie gesagt, ich bin ja Fan von dem Vampir-Deck. Ihr könnt mir in die Kommentare mal schreiben, ob ihr euch dieses Deck, das Vampir-Deck oder eins der anderen Decks geholt habt. Und dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonnieren, nicht vergessen. Kommentieren. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren noch Fragen stellen. Ich beantworte die immer wieder gerne. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablachsid. Ciao, ciao.